Hallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich darauf, dass wir gemeinsam in die Achtzahmepause starten können. Und dann darfst du dich direkt in eine aufrechte Sitzposition begeben. Und dann die Augen schließen und anfangen, tiefe, bewusste Atemzüge in den Bauch zu nehmen. Spüre deinen Körper und deinen Geist hinein. Nimm wahr, wie es dir in diesem Moment geht. Beobachte deinen Gemütszustand. Und fange an, deine Atemzüge zu vertiefen. Atme tief in den Bauch, ein und aus. Lass den Bauch ganz locker. So, dass du wirklich spüren kannst, wie er sich ausweitet bei jeder Einatmung. Und bei der Ausatmung in sich zusammenfällt, der Bauchnabel mehr in Richtung Wirbelsäule kommt. Und dann schau mal, ob du diese Atemzüge noch tiefer machen kannst. Und dann schau mal, ob du deinen Atemzüge noch tiefer schicken kannst. Und dann schau mal, ob du den Atemzüge noch tiefer schicken kannst. Und dann schau mal, ob du den Atemzüge noch tiefer schicken kannst. Und zwar wollen wir versuchen, die Ein- und die Ausatmung genau gleich lang zu gestalten. Zähle auf drei oder vier bei jeder Einatmung. Bei jeder Ausatmung genauso auf drei oder vier, je nachdem, was sich für dich als Zählzeit gut anfühlt. Tiefe, bewusste Atemzüge in den Bauch. Bleibe ganz bewusst. Es ist völlig normal, dass dir entweder das eine oder das andere leichter fällt. Das bedeutet also, dass du vielleicht das Augenmerk mehr auf die Verlängerung der Einatmung oder der Ausatmung richtest. Dann wollen wir hier ein bisschen Nackenmobilisierung mit hinzunehmen. Atme auf deine Zählzeit ein, richte dich dabei auf. Mit der Ausatmung neigst du den Kopf nach. Bei E paperam und die Zählzeit ein, richte dich dabei auf. Bei einer Zählzeit ein, richte dich dabei auf. Daher richte dich ab, kann ich auch da. Ich würde dich wohl nicht mehr fühlen. Überraschungen, wenn es deine Zählzeit ist. Aber das ist die Zählzeit ein, richte dich um. Das bedeutet, dass du die Bewegung genauso lang gestaltest wie deine Atemzüge. Vielleicht fühlt sich das sehr langsam an, versuche bei dir zu bleiben, diese langsamen Bewegungen ganz bewusst wahrzunehmen. Dann komm langsam zur letzten Runde. Dann komm in die Ausgangsposition zurück. Spüre einen Moment nach. Dann komm in die Ausgangsposition zurück. Dann komm in die Ausgangsposition zurück. Dann haben wir den Effekt der gleichen Ein- und Ausatmung. Im Effekt der Kombination von Atmung und Bewegung. Dann vertiefe deine Atemzüge wieder. Atme wieder auf deine Zählzeit ein, auf die gleiche wieder aus. Tiefe, bewusste Atemzüge in den Bauch. Dann verlängere jeweils um eine Zählzeit. Wenn du davor auf drei geatmet hast, atme auf vier, bei vier auf fünf und so weiter. Vertiefe die Atemzüge in den Bauch. Und deine Höhe noch einmal. Und deine Höhe noch einmal. Atme in dir alle verfügbaren Atemräume. Atme in dir alle verfügbaren Atemzüge in den Bauch. Atme in dir alle verfügbaren Atemzüge in den Bauch. Atme in dir alle verfügbaren Atemzüge in den Bauch. Atme in dir alle verfügbaren Atemzüge in den Bauch. Atme in dir alle verfügbaren Atemzüge in den Bauch. Atme in dir alle verfügbaren Atemzüge in den Bauch. Und dann machen wir noch eine letzte Runde. Atme wieder auf deine für dich höchste Zählzeit. Und dann bringe zwischen Ein- und Ausatmung eine Zählzeitpause mit dazu. Du atmest zum Beispiel auf fünf. Ein- und Ausatmung eine Zählzeitpause. Aus, fünf. Ein- und Ausatmung eine Zählzeitpause. Wenn sich das für dich gut anfühlt, kannst du versuchen, auf zwei Zählzeiten Pause einzubauen. Ein- und Ausatmung eine Zählzeitpause. Noch zwei Runden. Tief, bewusst, mit Pausen. Und lass den Atem wieder natürlich ein- und ausfließen. Spüre nach. Nimm wahr. Nimm wahr. Nimm wahr. Nimm wahr. Nimm wahr. Nimm grün. Nimm dein Effekt dieser bewusst ausgerichteten Atmung wahr. Vielen Dank. Dann vertiefe die Atemzüge wieder ein wenig. Die Hände vor der Brust zusammen. Dann danke dir dafür, dass du dir die Zeit für dich genommen hast, achtsam warst, so gut es dir heute möglich war. Sei stolz auf dich. Reibe die Hände ineinander, erzeuge Wärme. Dann die warmen Hände auf die geschlossenen Augen. Öffne die Augen in die Hände. Geh langsam nach unten. Komm im Raum wieder an. Vielen Dank dir fürs Mitmachen. Schön, dass du da warst.